Marlon ist in erster Linie mal ein Außenseiter. Habt ihr gerade Tanzen sehen? Naja, es war mein erstes Mal. Ich hoffe, war nichts übersehen. Katja trifft auf Marlon und dann fangen die an zu trainieren und kommen sich immer näher. Sag mal, seid ihr Typen eigentlich alle so eingebildet mit euren blöden Street-Dings-Getue? Was denn? Du wolltest es doch wissen, oder nicht? Die Gegensätze, die sich da anziehen und dann trotzdem was ganz Neues bilden und so wird Alien ja im Laufe des Films wieder zu Marlon. Ey, Mann, die Tigers kommen! Die machen nächste Woche nur ein Bierchen so und dann Leute führen und dann die Show, Mann. Wollen wir da antreten? Und wir fordern ja auch, auch gerade in der U-Bahn, da wird ja auch gefordert. Mach doch mal, weißt du, du bist immer dabei, aber jetzt musst du auch mal liefern. Marlon hat jemanden gebraucht wie Katja, um aus diesem Loch rauszukommen. Und sie eröffnet mir eine ganz neue Welt mit zwischenmenschlichen Kontakten, die ich vorher nie hatte. Und einfach Geborgenheit, Sicherheit, jemanden öffnen zu können. Heute sag mal, dass wir das schaffen. Denkt an eure Choreo! Heiß auf die Choreo!